Polizei, haben wir euch da Notruf? Wie kann ich Ihnen helfen? Im Treppenhaus riecht es komisch und unsere Nachbarn habe ich seit Wochen nicht gesehen. Der Briefkasten quillt auch über. Können Sie mal gucken, ob es dem gut geht? Ich kann nicht schlafen. Die WG über mir macht mal wieder eine Party. Schon das dritte Mal diese Woche, dass ich anrufe. Das nervt echt. Hallo, ich habe hier beim Ausparken auf dem Parkplatz von Brutto ein Auto angeditscht. Können Sie das aufnehmen? Macht nichts, wenn es schnell geht. Meine Pizza schaut sonst auf. Bitte kommen Sie schnell. Bei uns zu Hause wurde eingebrochen. Wir waren nur kurz einkaufen. Ich glaube, ich habe den Täter noch durch den Gartenrennen sehen. Taxi Krause hier. Mein Fahrjahrs will seine Rechnung nicht bezahlen. Können Sie mal vorbeikommen und dem nachhelfen? Hier hat es gerade einen schweren Verkehrsunfall gegeben und ein Auto hat sich überschlagen. Bitte kommen Sie schnell. Ja, hallo? Im Haus piept so ein Rauchmelder. Keine Ahnung, ob es brennt, aber es nervt. So ein paar Preutzposen hier am Jungfern stiegen mit ihren dicken Karren rum und lassen die Motoren ständig auffallen. Mega nervig ist das. Schnell! Kommen Sie schnell. Hier schlagen sich gerade welche. Oh, und einer blutet schon. Hier ist schlecht gerade so ein komischer Typ am U-Bahnhof. Moin. Ich glaube, der hat es auch die Fahrräder. Ich komme hier nicht raus. Geht euch mal nach links dabei. 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 Verstanden, Mikkel. hopefully nie mit denen cover. Geht euch mal nach links dabei. ue Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017